Ich würde dann sagen, ich fange dann auch einfach an. So, wie ich random einfach hier anfange. Einfach mal so. Und gucken, was das hier jetzt wird. Mir ist gerade einfach danach... Es kann ja nur schief gehen dann. Ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchten sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Graue Lafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Crimson, danke für den Host. Und schönen guten Abend erst mal. Das Intro halt echt schon anderthalb Minuten dauert. Schrecklich. Schrecklich, 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 alles. Ja, fängt sehr gut an. Lässt mir direkt an dem zweiten Kleinling vorbeispringen. Sehr gut. So wie sich das gehört. Okay. Okay. Dann fangen wir halt direkt mit Müll an. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hallo, Matrix. Wie geht's dir? Verkackt die einfachsten Käfige. Ja, auf jeden Fall. So wie sich das gehört, ne? So wie sich das gehört. Wäre komisch, wenn ich direkt gut anfangen würde. Was natürlich schlecht ist, wenn ich nur einen Run machen will und dann schon wieder aufhören will, ne? Ist das schlecht, wenn ich schlecht anfange? Wenn man mal so davon ausgeht. Mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. Vergiss nicht, die vergrabenen Nene. Versuch dran zu denken. Hey, 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 hey. Okay, ich bin jetzt nicht 164-Fat. Kannst du in die richtige Richtung schlagen? Danke. Ja, gut, dass hier auch solche Ringe hängen. So, du geh mal wieder weg. Gut. Ohne Tod an der Stelle vorbei. Na, immerhin ohne Tod an der Stelle vorbei. Das muss ja wieder nicht sein, dieses Random-Gedönse, dass der untere linke Arm bis nach oben in die Mitte irgendwie hochschlägt. Dieser Schwachsinn. Ja, genau. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Das war gerade irgendwie komisch, aber gut komisch. Also will ich mich mal nicht beschweren. Wenn es schon gut komisch läuft, wie er da lang gelaufen ist gerade vom Gefühl her. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Na ja! Ja, fast. Eigentlich wollte ich mich nicht... Halten wir uns einfach an dem Käfig fest. Das ist auch voll in Ordnung. Warum auch nicht? Schlag doch zu. Jetzt kann ich hier... Ach warte, das war gar nicht die Stelle. Wer meint. Zählt mir, Jan. Danke für den Host. Und willkommen euch allen von da drüben. Das war die Stelle, die ich gerade meinte. Wie geht's dir? Ja, danke. Ja, danke. Hab Hunger und muss weiter relive und so komisches Zeug. Iiiiih. Mach mal was dagegen. Das geht ja mal gar nicht. Ist ja ekelhaft. Aber bis dann auf jeden Fall mal. Ich könnte hier bald echt noch so ein Lucky-Ticket einschieben. Ich bin da eh immer nur so... Maximal 20 Looms unter den 450. Hatte hier war jetzt ein Port, ne? Ja. Da falle ich nicht wieder drauf rein. Noch nicht. Noch nicht. Ja. 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 Genau. Holen, holen wir die Flammenwerfer raus und töten das böse RL. Klingt doch nach nem Plan. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Ich dabei. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, oh. Dich brauche ich. Braucht dich gar nicht, oder? Nee. Die bringt mir ja noch 25. Das hätte ja gepasst. Ach. Das macht Sinn. Einen Käfig hätte ich mir sparen können. Naja. Einen Käfig Lams bringt ja nur 15. Jetzt war ich 24 drüber, wegen dem letzten kleinen Ding. Nein, ich möchte immer noch nicht aus dieser Welt porten. Danke. Schrecklich. Sehr gut. Fallen wir auf den blöden Gegner drauf. Immerhin in die richtige Richtung abgeprallt. Und wir bekommen ja hier eh schon wieder ein neues Herz. Äh, so wohl nie? So. Oh. Oh! Nee, schon runter. Welche der Zeiten meinst du, Matrix? Welche der ganzen Zeiten meinst du? Ja! 15, 14, 8, die Zeit. Das ist die Zeit, wie lange ich schon hier gerade bei bin, in Endgame-Zeit gemessen. Wie lange ich gerade schon dabei bin, hier zu runnen. Seit dem Anfang. Shit. Ja, wegen zwei Lungs nochmal umdrehen. Was ist denn Spaß? Weil ich mache gerade einen Speedrun oder versuche es. Mal direkt versuchen, dazu sagen, sonst kommen mir gleich wieder andere Leute an. Meckern mich aus, weil ich so schlecht bin. Ja. 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 Ja! Oh, erste Phase Boss Down, weil der eh nichts kann. Oh, das stimmt. So, dann spuckt er hier jetzt einmal unten Feuer, einmal oben Feuer, bevor ich ihn überhaupt angreifen kann. Dieser feige Drache. Und schuld. Schon irgendwie schade, den ganzen Kram zu skippen, aber ist das Spiel so schön. Aber es dauert halt seine Zeit, wa? Ist mit Skippen nix. Oder ist mit Nichtskippen nix drin, so wollte ich, glaube ich, eher sagen, wenn ich das nicht getan habe. Bleib doch hier, Käfig. Schrecklich. Oh, wow. Ich habe mein Herz verlaut und habe keinen Damage-Booster an den Stacheln. Bringt mich jetzt noch hier um. So weit kommt es noch. So weit kommt es noch. Wieder langsamer. Mann, Mann, Mann. Das geht doch nicht. Gut, noch haben wir alle Kleinlinge. Noch keinen Vergessen aus Versehen. Bis jetzt war ja auch noch kein Eingegrabener. Doch, war wohl. Aber den habe ich mitgenommen. Weil der halt nicht hinter dem Ende des Levels war. Ich ihn deswegen nicht vergessen habe. Vergessen habe. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Und jetzt war ich. Oh oh wow oh wow please was zur Hölle war das denn jetzt für ein Unfug ich war schon da oben und dann habe ich einfach daneben getreten ach ist das herrlich nichts ja bis auf das eine Secret war bis auf den König war das Level ganz gut war das ganz in Ordnung nein danke ich möchte immer noch nicht in eine neue Welt porten nur weil da jetzt ein Level aufgegangen ist das kommt später das war sogar ein bisschen flach gesprungen hoch ne dich vergessen wir mal nicht das war das war Fahen! Pahen! Segue, mich! Das kann Rayman auch immer so schön sich an Kanten festhalten, an denen ich mich gar nicht festhalten möchte. Oh, sehr gut. Das ist neu. Ach, Rick. Das Level ist ja gut gelaufen. Da kann man natürlich am Ende einmal schön failen. Und nochmal ein paar Sekunden verlieren. Mist. Da 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 da. The Murphy is back. Yay. Okay. Okay. Oh, das wird kein Goldsplit. Leider nicht. Ganz knapp an einem Goldsplit. Ach, schade. Irgendwie knapp eine halbe Sekunde nur. Ach, schade. Ja! Big Ball! Ach, spring doch nicht von der blöden Wand ab. Hallo Flex! Wie geht's dir? Das Panzerkrötelein. Müde? Hilft schlafen gegen, hab ich gehört. Hallo Eddy! Wie geht's? 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 Der Kampf war doch mal ganz gut. Kann man sich doch jetzt mal nicht beschweren. Die zweite Phase hätte ein klein bisschen schneller sterben können. Aber ... Das müsste trotzdem noch bestes Segment sein. Jo, sehr gut. Was beschwer ich mich überhaupt? Bester Kampf bei all meinen Versuchen bis jetzt. Was beschwere ich mich überhaupt? Ja, allgemein die Musik in dem Spiel ist halt echt super. Eigentlich wollte ich einen Stein höher landen, aber okay. Da kommt man in dem Speedrun schon fast zu wenig von mit, von der tollen Musik. Wenn man mal ehrlich ist. Ich kann da in der Luft springen, wenn ich da spawnen. Okay, das hätte mir auch mal einer sagen müssen. Ja! Keek! 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 Oh, 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 oh. Millionen Looms dann, ne? Ja, das habe ich auch irgendwann mal gemacht. Im Stream habe ich zwar nur auf alle Kleinlinge gespielt, aber privat dann auch noch auf ganz 100% fertig gespielt. Das habe ich auch schon. Nein, die letzten Looms sammeln halt immer jeden Tag die Challenges waren und dann jede Woche die, ne? Das ging ja dann auch. Hat sich das halt zeiträumlich irgendwie, wie man es auch nennen will, langgezogen, aber halt spieltechnisch nicht ganz so sehr. Aber für die Musik hat sich das auch einfach schon gelohnt. Es ist halt einfach ein schönes Spiel. Was ich halt auch noch irgendwann nachholen muss, sind die alten Raimann-Teile. Das muss ich definitiv mal noch machen. Weil bis jetzt selber gespielt habe ich nur Origins und Legends. Also. Ach, Murphy, wirklich? Ein guter Grund, warum ich das nochmal hochziehen sollte. Ich habe keinen. Aber Murphy, da sind gewiss. Oder so. Oder so. Ahem. Auf in die Welt. In der sich alles um Essen und... so dreht. Hm, Essen. Oh! Äh! Oh-oh-oh-oh-oh! Das meiste in dem Level ist ja Gemüse. Oder Würstchen und Pommes. Tchoo! Und Obst ist toll, ja? Ja? Würstchen sind kein Obst? Nein! Oh! Direkt eingeloggt. Dann komme ich nicht wieder raus. Was? Klang ja gar nicht falsch oder so. Nein! Würstchen Schredder! Jetzt kommt gleich sogar noch Ente dazu, zu dem ganzen Kram. Und Kuchen. Okay, noch. Es sind jetzt noch alle kleinen Dinge da, die ich brauche. Razor. Das ist einfach so doof. Warum ausgerechnet eine Ente? Was ist einfach so doof. oh Puh, das war zu früh Puh, das war zu früh so, Ente fertig Ente gut, alles gut was oh, war der schlecht und jetzt Kuchen jetzt kommt der Kuchen erst tut mir leid, ich hab gelogen jetzt kommt der Kuchen erst wow sehr gut gemacht, Jan erst mal ein Cycle einfach hier verschwendet und das Herz immerhin bekommen wir das Herz hier wieder Mist Mist, hab ich gesagt ähm ging das nicht so warte what the fuck ähm, du willst mich gerade verarschen, ja? oh, was? ich weiß doch, wie das geht ja, genau so ach, was ein Unfug ist doch nicht wahr genau so hab ich das beim ersten Schuss auch gemacht ich hasse diesen kleinen Lingen hallo, Yoshi wie geht's dir? ja ja pfff weil's ja nicht reicht dass der Kleinling schon Ewigkeiten gedauert hat nein warum failen wir noch mehr? ach, hab ich ja stimmt das ist denn gerade ein Theaterstück und wie ist es gelaufen ganz gut nehm ich an wenn's dir gut geht supi na, das ist doch schön zu hören ach das läuft ja wieder so auf 40 Sekunden raus yay so knapp hey, wir haben 37 Sekunden in dem anderen Level gespart lass uns jetzt 40 verlieren wow wegen diesem blöden wegen dieser blöden Queen ah wenn der Schuss beim ersten Mal klappt dann ist das halt echt schnell aber gerade eben fünfmal das gleiche Mistgedönse da ist halt echt schlecht two ich denke fast 해야 nächste sind います die die Ja. Lutschadores! Nicht zu schnell werden. Hättest du ein echt böses Handy, Yoshi. Hättest du ein echt böses Handy, wenn es aus gelobt gemobbt gemacht hätte. Oder Tablet, von mir aus. Von den Lehrkern. Was sind denn Lehrkern? Davon sind gerade gar nicht so viele da, wie du denkst. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach gesagt habe, ich mache jetzt einen Run und fertig. Ohne Pre-Stream, ohne alles. Lutscha! 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 Arriba, arriva, andale! Ei! Nassimus, dann kommt niemand. Wissen wir es denn? Ich will es zumindest nicht wissen. Und wisch und weg. Willst du diesmal PV? Also bis jetzt bin ich noch 45 Sekunden im Minus. Mal gucken. Du bist nur eine Einbildung. Okay, Yoshi hat nicht den Witz verstanden, auf den ich mitkommen hinaus wollte und ich das nicht wissen will. Oh, oh. Ja, Yoshi bin ich und das ist ja was Gutes. Bleib hier. Oh, okay. Ahn, ja, 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 ja. Hauen wir halt einmal so erst drauf, weil das kostet ja keine Zeit oder so. Nein. Ich muss gleich mal nachgucken, was diese Aktion ist. Und warum ich die da und bekomme. So, wo ist meine Maus? Jetzt hätten wir der Glückslose aufgerubbelt. Yay! Einmal. Zweimal. Drei. Vier. Und noch eins. Ah, ich bin schon fertig, Yossi. Keine Sorge. Muss das nicht länger ertragen? Ja, May, weil ja niemand kommt, wenn ich streame. Deswegen eine Einbildung. Wofür ich die aufrubbeln muss? Damit ich zum Beispiel dieses Level hier freischalte. Das kommt nämlich nach fünf Glückslosen. Oh, oh. Deswegen rubbel ich Glückslose auf. Und dann nachher noch mal fünf für ein anderes Level aus. Back to the Origin. Und das mache ich, weil die Route sagt, dass das der schnellste Weg für Any% ist. Und ich denen einfach mal vertraue. Okay. Okay. Na, komm her. Vertrauen, sowas kannst du nicht... Naja, der Weltrekord läuft diese Route ab. Also wird es wohl im Moment die schnellste Route sein. Und die benutzt halt die anderen Plätze wahrscheinlich auch, die direkt dahinter. Also kann man davon ausgehen, dass diese Route funktioniert. Fürs Schnellsein. Ja, ich hab sie schon mal gehört. Ja. Also Maze auf jeden Fall nicht eingebildet. Sehr gut. War wieder durchs Feuer gestorben. Weil ich Knöpfe nicht drücken kann. Ja, machen wir das halt nochmal. Ist in Ordnung. Ach, was ein Unfug. So, jetzt sind vorsichtig. Oh mein Gott, das Level. Halt dich doch an den Kanten fest, Mr. Rayman, Sir. Wirklich? Oh, what the fuck? Also jetzt mal ehrlich. Jetzt mach ich hier aber... Mehr Fehler, als das feierlich ist. Okay. Also das Level gerade, ne? Also was ich hier mache. Oh, wow. Und ich hab halt dauernd kein Herz. Das ist... Level kann ich, glaube ich, echt in die Sonne kloppen. Die Zeit davon auf jeden Fall. Ist ja nicht mehr schön. Das war nicht nach unten. Das war nicht. Oh nein. Oh nein. Ja. So, vergessen wir nicht den hier hinten. Den habe ich das letzte Mal vergessen, deswegen die Route nicht mehr aufgegangen ist. Wenn du Samstag endlich mal deinen Adapter hast, könnte ich dich nochmal hören. Was? Und wenn ich Angst habe? Ja, ich habe noch Zeit gespart. Ja, ist klar. Mein PV in dem Level etwa auch schon so schlecht. Wow. Wirklich? Das macht mich gerade etwas traurig. Das macht mich gerade etwas traurig, dass das immer noch ein Minus ist. Oh Mann. Ja, was mache ich hier? Hast du nicht gebissen? Das habe ich auch nicht gesagt, aber du sagst ja selber, du bist der Teufel in Person. Da muss man doch trotzdem Angst haben, oder nicht? Oh shit. Oh shit. Ich wollte den schon mitnehmen. Ich brauche, wie viel warten es darf. Muss ich dir das wohl glauben, wa? Ich kann auch schon viel sein. Ich weiß. Weiß ich doch, Mei. Ich wollte halt nur auch mal böse sein gerade. Ich muss mich ja mal verteidigen hier. Ich muss mich ja mal verteidigen hier. Tonk, 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 tonk. Runter. Am besten noch fast in die Sägen. So, dann geht's wieder in den Wirrgarten. Yay. Bist du einmal nicht und bist nett? Dann sowas. Tja. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Sie war zumindest nicht böse, Yoshi. Ich darf ja hier nicht springen. Da war was. Oh, ich bin da gerade dran vorbeigekommen, echt? Sehr gut. Ich habe gerade eigentlich wieder einen Treffer gesehen. Wie habe ich ihn denn gerade nicht erwischt? Ist doch nicht wahr. Na, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den nicht glaube, Mei. Oder meinst du jetzt Yoshi? Ah, Mist. Na, schon auf den Knopf, danke. Na, ja, hier nicht springen. Hallo, Big. Big. Eddie, Mei ist kein Kerl. Wie geht's dir, Big? Huh. Oh, das ist ja mal echt gut gelaufen. Trotzdem ein, zwei Treffern. Huh. Ja. Im Dutzend gefährlicher. Oder auch nicht. Einfach an allem vorbei, dann passt das schon. Oh, ja. Oh, was? What the hell? Was mache ich hier? Welche Vorbestellungen, Big? Der Tod war der Absicht, weil ich den Käfig hier, den Eingegrabenen, übersehen habe. Erst. Immerhin ist es mir früh genug aufgefallen. Ach, alles in Ordnung, Eddie. Ich glaube, Mei ist da nicht nachtragend. Ich glaube, ich bin ein, zwei Treffern. Hast du mich vorhin daran erinnert? Ja, aber das war nicht der, den ich das letzte Mal vergessen hatte. Das letzte Mal habe ich ja einen anderen vergessen. An dem ich halt nicht mal so vorbeigelaufen bin. An dem laufe ich ja vorbei und habe es dann gesehen. Aber bei dem anderen in 5.1, da laufe ich ja, wenn ich nicht darauf achte, sind nicht mal dran vorbei, weil der hinter dem Ausgang ist. Ein Shirt zu Captain America, Civil War im Iron Man Design. Klingt interessant. 30 Sekunden verloren. Pfui. Äh, 4-4 ist das hier. Nicht in die falschen Level springen, das kann ich auch ganz gut. Extra nochmal auf den Timer geguckt. Wow, ich bin oben drauf gelandet. Sehr gut. Ist die Rüstung dann. Uh. Nice. So. Da war wieder ein Herz weniger. Oh, shit. Ach, Mist. Bis dann, Eddy. Ja, so lange mache ich ja heute nicht. Ich wollte nur den Run einmal machen und dann schon wieder sein lassen. Hmm. Wir degradieren. Was ist das? Ja. Uh. Oh. 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 Äh. Oh. Oh ja, das wäre fast ein Tod gewesen. Ach, please, flieg doch weit genug, Raymond, du kannst das doch. Oh ja, da wird's wieder. Ein bisschen Zeitverlust. Hallo, Niffy. Na, wie geht's dir? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Erst einen richtigen Tag frei und dann krankst du. Ah, das ist echt Mist. Na, hoffentlich geht's dir schnell wieder gut. Das ist ja echt Mist. Oh, wie bin ich denn an ihm vorbeigelaufen? Was? Wie habe ich das denn getan? Ja, du bist ja. Das war's für heute. Warum hast du nicht nochmal angegriffen, Mr. Raymond? Ich weiß, dass du das kannst. Also ein bisschen tun sie mir ja schon alle leid, dass ich sie hier wegboxe. Aber auch nur ein bisschen. Oh oh. Oh oh. Zweimal dasselbe, sehr gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das finde ich auch. Wie kann der Typ die nur einfach wegschmeißen? Voll böse. Voll gemein von wem. Zu viele rote Zahlen. Läuft das dann wieder auf so ein plus minus null bis zum letzten Level hin, oder wie muss ich das sehen? Okay, hier können wir eine Minute rausholen, wenn ich nicht sterbe und es vernünftig mache. Das war's für heute. Ja. Oh. 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 Ach miss Oh mein Gott, eine Cry Hi Cry Wie geht's dir? Enti, er hat Enti auf Stacheln geworfen Wie böse Kann er doch nicht machen So, einfach mal wieder Böse abgekürzt Ist halt schon schön, wenn ich Eigentlich den Typen verfolge, aber vor ihm her Schwimme Ganz passabel und selbst mir geht's auch ganz gut Danke der Nachfrage Haben wir einfach wieder durch die Laser abgekürzt Wow, wir bleiben unter 2 Minuten für das Level Wow, sehr gut Gold Split Bam, eine Minute gespart Dann verirrst du dich mal wieder hierher in einem Tag Wo ich nur einen Rayman Run mache Und dann schon wieder aufhöre Oh Glüh 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 Machst du einfach mehrere Na, hatte ich aber nicht vor Hatte ich nicht geplant Ja, was ist damit, Yoshi? Dann habe ich sie jetzt vor Ist das so? Ist das so? Gut, dass ich das auch weiß Na, mal gucken Mal gucken Bis 9 mindestens Wenn ich mit dem Run fertig bin, ist es nach 9, Cry Oh shit Wenn ich mit dem Run fertig bin, ist es nach 9 Der geht schon nach so einer halben Stunde Warte, was mache ich hier? Ich fall doch nicht da runter, du Oh mein Gott Schrecklich Dann würde ich hier wieder nur Zwischenunterhaltung missbraucht werden Für Einfach für Nee, finde ich nicht gut So, bleiben wir jetzt einfach hier und fehlen dann nicht Mach es für Yoshi Niemals Was? Was? Habe ich nicht gesagt Nein Ich bin doch nicht böse Ich bin doch nicht böse Also bitte Tote Nehme ich doch lieber die Torte Ich habe den Drachen getötet Das war eh nur ein Roboter Ist das nicht so schlimm Ich habe meinen bösen Tag heute Ach, den habe ich öfter Das merkt ihr dann nur nicht Weil ich da nicht hier bin Gern und nicht böse Manchmal frage ich mich, ob deine Witze schlechter als Pat sind Ich kann auch lieb sein, wenn ich will Es kommt immer darauf an, ob man auch lieb zu mir ist Das beruht immer auf Gegenseitigkeit Ach Mist Dann halt nicht oben lang Ach so Dann musst du auf jeden Fall mal öfter böse sein Dass du öfter hier bist, Try Ist doch wohl klar Dann müssen wir dich ja böse machen Ist ja wohl Ein guter Plan, finde ich Ey, wäre ich fast wieder zu den Helden geportet Zum Glück doch nicht Wow, sehr gut Oh mein Gott Boom 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 Das war's. Wieso ich mich eigentlich Starcruncher genannt habe? Weil ich ein paar Mal im ungefähr gleichen Zeitbereich von unterschiedlichen Leuten aus Versehen so genannt wurde. Und ich machte, bevor ich dann regelmäßig anfange zu streamen und ich vorher Starcrusher 92 hieß mit einer Zahl am Ende, dachte ich, benenne ich mich noch um. Starcruncher hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Auch besser als Starcrusher. Und seitdem heiße ich Starcruncher. Das ist die Geschichte dahinter. Ach, Dreck. Wie, was? Dreck! So kann man natürlich auch seine Minute Vorsprung verlieren. Sehr gut. Doch, du Tricks, Rayman! Hau die doch nicht da unten! Ach, komm schon! Jetzt wirklich? 1, 2, 1, go! Du, bescheidenes Level! Du, bescheidenes Level! Ich bin gleich wieder für euch da. Oh, das war wirklich wieder hier der letzte Wurm vor dem Ende von diesem bescheidenen Level. Oh, mein Gott! Ach, komm! Kann ich sterben? Nee, gehen wir halt aus auf Bounce. Oh, mein Gott! Gott! I hate this game! Hallo, Schreemer. Zwei Minuten. Oh mein Gott. Ne, ich meinte, nicht alle, sondern ein paar haben mich zeitgleich aus Versehen Starcruncher genannt. Und nicht Starcrusher. Weil ich vor... Vorher hieß es ja noch Starcrusher 92, Yoshi. Und bevor ich dann angefangen habe, regelmäßig zu streamen und jetzt hier wieder zu sterben, habe ich mich noch umbenannt. Das ist eigentlich alles. Natürlich, weil mir der Name auch dann besser gefallen hat als Starcrusher. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dazukommt, der auch eine Rolle spielt. Ja, ich weiß, wer du bist. Und was Besseres als mit Live hinten am Namen ist, dir auch nicht eingefallen war. Was Besseres als irgendwas mit Live am Namen ist, dir auch nicht eingefallen war. Voll schlecht. Mach was Besseres. Kick ja mal ja nicht. Guck mal, da sind wir wieder bei plus minus null. So fast. Oh mein Gott. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Oder dieses Level da gerade. Oh Mann. Warte, das war auch schlecht. Oh Mann. Was mache ich hier? Na, einmal hin. Ja, aber Live oder TV oder HD oder LP, das macht doch jeder. Das kann doch jeder. Das kann doch jeder. Ich muss irgendwas anderes speedrunnen. Naja, auf dem Diablo 2 Mönch Akt 1 bis 5 Liederbaut bin ich immer noch zweiter Platz. Also, das Spiel kann ich. Oh Mann. 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 Ja, auch wenn du dich noch an den alten Account, also an das alte Passwort erinnern könntest. Die Accounts sind ja alle deaktiviert von Justin TV. Da gab es mal irgendwie einen Monat Übergangszeit, wo man den rüberholen konnte und ansonsten ist der halt jetzt weg. Oh Mann. Was meiner Meinung nach eh immer noch Schwachsinn ist, dass da die alten Accounts, die da nicht rübergeholt worden sind, nicht freigemacht worden sind. Sonst würde ich jetzt sogar Star Crusher heißen, wenn die die Accounts freigemacht hätten. Ja, und jetzt kannst du ja eigentlich nicht mehr wirklich sehen, ob das Justin TV war oder nicht. Da steht doch jetzt wahrscheinlich sowas von wegen... Existiert nicht oder wurde vom Besitzer gelöscht oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer. Steht das da jetzt auch immer noch? Steht das da jetzt auch echt immer noch, wenn man nach alten Justin TV Accounts guckt? Bestimmt wegen meinem Multi-Account. Welchen Multi-Account? Müsste ich ja erstmal welche gehabt haben, ne? Da müsste ich ja erstmal welche gehabt haben. Oh, Goldsplit. Sehr schön. Ne, das bezweifle ich. Das bezweifle ich aber stark, Skimmer. Den Account, den ich da habe und der Restricted ist, den habe ich halt irgendwann mal umbenannt. Und dann weißt du da aber falsch. Ach, Mist. Nope, hatte ich nicht. Ach, Dreckslevel. Mist. 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 Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich keinen hatte. Mist. Mist. Ja, ja, und jetzt hier noch Werbung machen. Und furchtbar. Weg mit dir. Erst mir hier Multi-Accounting vorwerfen und dann noch hier Werbung machen. Ich glaube, es hackt. Mist. 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 So. Fertig. Mist. Mist. Viere, drei, zwei, dahin. Und... ...hinein... ...hinein. Wou! Warte! 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 Shit. Fertig, dass er erstmal hier ein bisschen nicht mehr schreiben darf. So ein paar Minütchen lang. Ach, ich hasse dich, Spiel. Okay, im PV kann ich halt echt vergessen. Oh man, schöne Minute. Uh oh. Gebege, 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 gebege. gewinnt, 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 yes! Ha. Man, das war doch zwischendurch so schön, der Run. Und dann... So einen totalen Unfug wird an diesen heimgesuchten Leveln. Es ist so Mist. Diese Level sind so Mist. Ha. Nur wenn sie klappen, sind sie halt nun mal die schnellsten Level für die kleinen Linge. Ach, Dreck. Ja, das ist doch eh jetzt alles egal mit diesen Leveln hier. Bis zum nächsten Mal. Oh. Oh! Juhu! So, vorletztes Level. Da bekomme ich wohl keine anderthalb Minuten aus den beiden Leveln zusammen raus. 4, 5, 6... Weil das Wolke der Finsternis, das ist eigentlich auch ein Goldsplit beim Kiwi gewesen. Es wurde wieder grün. Ja, vorhin eine Sekunde und dann 25 wieder rot. War nicht lange grün. Oh, oh, zu weit... noch nicht. Ach, oh, ich hasse ihn, ne? Warum hält er sich da fest? Zwei, drei, runter. Rüber, dahin. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich echt gut durch das Level durchgekommen. Bis jetzt. Das reicht halt nur einfach nicht. Ach, Mann. Ach, schade. Goldsplit. Yay. Ach, Mann. Ja, und das... Den habe ich im PB auch in der besten Zeit, die ich bis dahin hatte, geschafft. Ach, schade. Diese Heimgesuchten. Mein PB liefen die halt fast alle echt super. Ja, ich hasse dich auch. Gut, holen wir uns das Herz, um es direkt zu verlieren. Das ist auch ein Plan. Das hast du neues Wuster Dann gibt es einen Plan. Was ist das dann? Das ist eine Tam... Wie lange hat sie offen sind? Oh, ich fliege ja noch ein Stück hoch. Habe ich das sonst auch gemacht, als ich hier mal dann noch ein bisschen hochgeflogen bin? Es scheint mir gerade so neu. Das ist definitiv sonst nicht passiert. Mist. Also ich kann mich halt echt nicht daran erinnern, dass ich da sonst... Ja, guck, jetzt stehe ich halt auch still. Jetzt bin ich sogar abwärts gefallen. Hallo, Selina. Ein bisschen spät. Ich wollte gleich schon wieder aufhören. Bin heute nur für einen Run hier und der ist gleich zu Ende. Tut mir sorry. Aufladeschläge wären halt gerade auch mal voll toll. Bis zum nächsten Mal. 1.4422 1.5 Minuten 1.5 Minuten Ach ja. Und auf wie viel Tode wird gewettet? Auf wie viel Tode wird gewettet? Alles ist offen. Tan tan. Tan tan. 40 plus X. Das ist ja schon geschummelt. Es sind... 38. Echt nur? Okay, 6 mehr als in meinem PB, aber... Ja. Das ist schrecklich. 6 Tode sind schon 1.5 Minuten. Schlimmer halt, die 8... Die 6 Tode mehr sind halt wahrscheinlich in den... Heimgesuchten Leveln gewesen. Wo das halt eh alles total Zeit kostet. Käse. Ja. Dann bin ich schon fertig. Tan tan tan. Und schleich mich heute ausnahmsweise jetzt schon wieder. Bin dann morgen wieder länger für euch da.